Bei tollem Fußballwetter heiße ich sie, Herzen. Una Falza, Sané, könnte die Führung werden. Frühes Tor, immer wichtig. So hatten sie sich das... Gute Aktion jetzt. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor... ...nicht nutzt dabei. Peshak Belfodil. Sie haben sich nicht aufgegeben und schaffen hier den Anschluss. Was ist noch drin? Harter Schuss aus der Halbnis. Er zieht vorbei. Und so sieht er aus. Gut gemacht. Das könnte gefährlich werden. Aus nächster Nähe scheitert er. Riesenschuss. Der ist drin. Damit haben wir den Ausgleich. Sie sind wieder zurückgekommen in diese... Den wenigen Nutzdau. Lewandowski. Und mit dem Treffer liegen sie im Front. Machen sie gut. Steilpass. Jetzt hat er den Ball. Tor! Er macht per Lupfer. Der ist ein richtig gut gespielter Konter. Und wenn du den Lupfer dann so perfekt anst... Und das war's. Er macht ein dick. Er macht es so ein bisschen... ... und dann... ... und dann hat er... ... die Tür gestern wird. Der ist in der Mitte. Er macht es echte aus. Er macht es nicht auch... Er macht...